Blaubeere, Vanille, Schokolade, das haben wir schon alle auf einer Kaffeeverpackung lesen. Was es damit auf sich hat, besprechen wir heute. Ich bin John, Flagshipstar und erkläre euch alles über Kaffee und deren Zubereitung. Das Geschmacksprofil des Kaffees ist sehr komplex, weil viele Faktoren den Geschmack beeinflussen können, wie beispielsweise das Anbaugebiet, die Anbauhöhe, die Varietät und natürlich das, was der Rüsthaus im Kaffee macht. Der Rüstmeister wird dann quasi am Ende entscheiden, was auf der Verpackung besteht, nachdem er den Kaffee gerüstet hat, geschmeckt hat und bewertet hat. Daher steht quasi das drauf, was auf der Verpackung draufsteht. Was viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass Kaffeebohne gar keine Bohne ist, sondern ein Kern von einer Frucht. Der Kaffee an sich ist eine Kirsche und der wird quasi entpolpt, also sprich, da wird der Kern entfernt und das ist dann letztendlich die Kaffeebohne. Wie auch bei Äpfeln hat Kaffee verschiedene Variationen. Die größten oder die bekanntesten sind einfach Arabica Robusta und man sagt, dass Arabica Bohnen ein bisschen mehr Säure haben, was halt ein bisschen die Komplexität darstellt und Robusta Bohnen einfach so ein bisschen das herbere, dunklere Profil mit sich bringt und die Mischung dadurch kann auch nochmal ein bestimmtes Geschmacksprofil hervorheben. Wie bei Äpfel auch gibt es natürlich bei diesen großen Oberthemen Arabica Robusta kleinere Untervarietäten. Bei Arabica sind es beispielsweise SL28 oder Pacamara. Aber wie beim Wein beispielsweise hat Kaffee auch sehr viele Zusammensetzungen, was dann den Geschmacksprofil, was das Geschmacksprofil dann beeinflusst. Bei Wein beispielsweise ist es circa 400 verschiedene Zusammensetzungen, bei Kaffee ist es doppelt so viel. Deswegen findet ihr wahrscheinlich sehr viele Geschmacksprofile, die ihr kennt, auf einer Kaffeeverpackung wieder. Der zweite Faktor von der Zusammensetzung vom Kaffee ist natürlich auch die Aufbereitung. Die zwei gängigsten Aufbereitungsarten wären einmal gewaschene Kaffees und einmal natural aufbereitete Kaffees. Gewaschene Kaffees werden nach der Ernte entpulgt, sprich der Kern wird herausgenommen. Dann wird das Ganze noch kurz fermentiert, damit die Außenschale auch abgebaut wird. Dann werden die Kaffeebohnen gewaschen und dann getrocknet. Das führt dazu, dass der Kaffee viel cleaner ist. Man hat sehr florale Noten gepaart mit fruchtigen Noten. Mit clean meine ich natürlich, dass der Kaffee so ein bisschen teeartiger ist. Früher hat man das wahrscheinlich so ein bisschen wie Blümchenkaffee genannt, falls das für euch ein Begriff ist. So hat man das halt früher genannt, weil wenn man dann Kaffee getrunken hat, dass man dann in der Tasse unten das Blumenmuster gesehen hat. Im Vergleich dazu sind natural Kaffees ein bisschen dichter im Körper. Dadurch, dass die natural Kaffees direkt nach der Ernte getrocknet werden, so kommt die ganze Süße von der Frucht in den Kern rein. Dann werden die entkernt und dann werden die erst geröstet. Die fruchtige Note wird ein bisschen hervorgeroben und der Kaffee ist allgemein einfach deutlich süßer als wie beim gewaschenen Kaffee. Natürlich gibt es noch verschiedene Aufbereitungsarten wie Fermentation, Anerobefermentation oder Honey Process. Da gibt es super, super viel, aber dazu vielleicht mal in einem anderen Video. Ein weiterer Faktor, was den Kaffeegeschmack beeinflusst, ist das Rösten. Hier entscheiden die Röster innen durch jeden Röstgrad, welche Aromen im Kaffee verbleiben. Hier muss man beachten, dass heller geröstete Kaffees mehr Säure haben und dementsprechend mehr fruchtige Noten betonen. Und umso dunkler der Kaffee wird, desto mehr fruchtiger Aromen verliert man. Man gewinnt dadurch ein bisschen mehr Röstaromen, was dann dazu führt, dass der Kaffee ein bisschen schokoladiger und nussiger wird. Die Röster innen entscheiden dann im Endeffekt, welche Aromen die hervorheben wollen. Falls der Kaffee nicht so schmeckt, wie der Röster es angedacht hat, aber es dir schmeckt, dann hast du auch das richtig gemacht, ich würde mir da jetzt nicht so viel Gedanken rumhaben. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, ein bisschen mit dem Thema Geschmacksprofilen zurecht zu kommen. Falls nicht, schreibt es gerne einfach unten in die Kommentare. Und falls ihr weiter solche Videos schauen wollt, wo ich es auch erkläre, dann abonniert den Channel, liked gerne das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!